Ähm... Hey, Samurai! Ah, das Päckchen! Gut gemacht, hier ist deine Bezahlung! 700 Mon, na super, haben wir das tun lassen. Die Gefängnis abgeteilt, wir sind ja bezahlt. So, jetzt kann ich mich um diesen anderen aufs Hacker kümmern. So, vielleicht kriege ich ja den Affen da los, ich weiß noch nicht. Ich kann uns schon wieder fragen. So. Tja... Dann musst du sterben. What? No! It's not fair! I can't die in a place like this! Come on out! You see? I thought this kind of thing might happen. So I hired a bodyguard of my own. Take care of this scum! Warte mal, bevor ich das tue... Nehmen wir doch ein bisschen Rettig... Rettig Rettig Ohr anhalten Reißball habe ich auch gefunden. Der reicht mir erstmal... Weil zusammen noch nicht reicht dann mit Problemen. Aber... Eigentlich sollte das kein Problem sein! Von wegen... Das soll kein Problem sein! Was soll das denn? Ich weiß nicht mal... Ich werde kaputt gegangen und er macht nicht platzen Blatt damit. Hm... Tja... Tja... Okay, also der drin geht, es ist erledigt, aber glaube ich nicht. Tja... Der nen sieht wohl wohl nicht so aus. Abgestochen! Das ist die richtige Natur des Samurais, wenn Sie mich fragen. Schmerzen sind wirklich nichts mehr als Schmerzen, nicht wahr? Ich mag Sie so sehr, dass ich Sie in kleine Schmerzen hacken könnte. Natürlich magst du das Schwierter so haben. Ist ja ihres. Ist ja derselbe aus der selben Baureihe, würde ich sagen. Nur weil er noch nicht so abgegriffen ist und ein bisschen haltbarer. Weil er noch nicht so alt ist. Na gut, jetzt können wir uns mal hinlegen. Was gibt es hier? Sollte ich bei der O2-Bandem vorbeischauen? Vielleicht haben Sie ja einen anderen Job für mich. Erstmal gehen wir ins Bett. Wenn wir uns das verdient haben. Eine Runde des Slaven! Der Slaven sind Mörders! Weil noch haben wir ja niemanden umgebracht. Also ermordet, weil... Naja... Das war ja kein Mord, ne? Dann würde die Polizei so einfach matterstellen. Denk ich mal. Denk ich mal. Ja. Wut. Na komm her. Reiner! Oh. Dann haben wir noch einmal. Erholen wir uns. Die eine Zeitphase. So. Jetzt übermorgen. Aber jetzt war's nicht hier. War's nicht jetzt. Ne, war's noch nicht. Na dann. Anboard ist später. Ich dachte, das wäre immer so gewesen. Ach, na gut, gehe ich heute dahin. Was soll's. Ähm, okay. Dann mache ich natürlich auch. Great. You need to get 30 Grove from him. The Shino can often be found drinking at bars in Chicano from midday onward. So why don't you try around then? He's an ex-Samurai and still pretty good with the sword. So you better be careful if he gets angry about it. Wieder eine 200 Monnen. Ne, dann... Dann nur 200 Monnen. Besser halt nichts. Kann auch jetzt, glaube ich, machen sofort, ne? Ist doch nicht so. Was war das denn? So, okay. Was hat er jetzt? Was hat er mir jetzt hier? Status check. Wir sollen in Chicano schon etwas eintreiben. Bring jetzt hinter uns. Wer ist denn wir? Ist da mit dir auch zugegen gemeint? Ich dachte, ich bin alleine hier. Los. Na ja. Nichts in den Wahlen drin, diesmal. Großartig. Da. Na gut, dann werden wir das jetzt mal... Erledigen. Und hier kann ich schon. Was willst du von mir? Ja. Ja, wir werden so blöden Affen. Ich bin doch nicht los geworden. Na, vielleicht bin ich ja jetzt hier. Vielleicht kann ich ihn ja hier mitgeben. Ja. Wir sind Affen von mir. Na geht doch. Ja. 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 Auf die Wehrlose ist also ehrenhaft? Wie rein mit den Typen her? Ich würde doch nur ein bisschen in den Seiten rein spielen. So verboten, hm? Oh, das ist das! 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 Crap! We'll get you next time! Oh, das ist das! Danke so viel! Du, 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 du savedst mich! Oh, das ist das! Oh, das ist das! Oh, das ist das! Oh, das ist das! Oh, du hast das! Oh, das ist das! Oh, das ist voll und ich bin froh, dass du nicht so schlecht bist! Da ist doch gar nichts so eingebaut... Ich hab einmal den Eindruck, dass bei dem Statue Check, wenn da was steht von wegen, du musst da dahin gehen, da dahin gehen und da passiert da nix. Ich hab immer das Gefühl, als wäre da mehr geplant gewesen im Spiel, ich weiß nicht. Hat dann den Eindruck, ja, aber ist wahrscheinlich so. Was soll ich tun? Oh, du bist... Wie läuft's denn so? Du siehst ja eigentlich recht geschickt aus. Aber... Nein! Ich habe einen Auftrag! Und es geht... Es ist ziemlich kompliziert in der Vorderraffinesse! Und ich weiß, was du schonmal eingemacht hast, aber es lief ja nicht so gut, weiß ich noch. Ähm, es gibt Tastendiebstahl, weißt du? Aber wo finde ich bloß jemanden anders, der das übernehmen könnte? Hm... Na, ich mach das doch, ja, ich bin doch einmal Langfinger! Hä? So willst du das doch mal probieren? Wirklich? Nun, es ist gut, dass du das nochmal probieren möchtest. Dann gebe ich dir jetzt die Information. Ein Fremder erscheint heute mit einem kostbaren Gegenstand in der Stadt. Wir schaffen den Wert von Gegenstand ohne das erste Merk. Leider wissen wir nicht, wo er ist. Also, nun suchen wir ihn! Ja, das gibst du als einfach, wie du weißt! Du musst dich einfach vorne ran drempeln, um zu einer in seine Tasche zu kommen! Aber nicht von hinten, dann geht das nicht! Also, hier vorne, wie ein richtiger Mann, der du bist! Also, gib dich auf, bis du Gegenstand hast! Viel Glück! Und pass auf die Maestraten auf! Natürlich! Keine Wange! Wir können uns ja als Bivak, ne, als Biva-Spieler tarnen! Wenn das mal gehen würde, ne? Wenn das mal gehen würde, könnte man das auch machen, aber ich glaube, es war glaube ich da! Gehe da ja hin, aber ich glaube, es war irgendwie auch da, ne? Wo? Ah, da ja! Hoat! 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 Ein Mann, hält ein Mann dabei! Hoat! Hoat! Das Bäckchen! Hey! Hallo, Samurai! Ich kann nicht so gut Japanisch! Ähm, wie geht's? Ähm, geht so! Yes! Toll! Freut mich, das zu hören! Deine Arbeit geht bestimmt auch gut voran! Da kann ich mich nicht beklagen, ne? Ja! Oh! Mein Geheimnis ist meine positive Einstellung! Spricht man das so aus? Hier auf Japanisch? Ja, wenn du das sagst! Ja, ich hab jetzt keinen Fehler gesehen! Nur gehört! An deiner Aussprache! Ja! Das ist japanisch! Positive Einstellung! Ja! Das ist ganz gut! Das liebt doch ganz gut, würde ich sagen! So! Okay! Ah! Wirst du langsam besser! Ah! Ist das der besagte Päckchen! Okay! Gut gemacht! Du schaffst es, wenn du willst! Hier ist dein Anteil! 500 Mann! Ah! Ah! Jetzt kann ich wieder umgucken hier! Ein Mann! Wuppi! Oh! Oh! Du bist Wifune! Deine Bezahlung! Du machst Witze! Den Kerl laufen zu lassen und dann Geld zu verlangen! Ehrlich! Wenn du das Geld zu bedrinken brauchst, gehst du in den Straßengarnern! Brauchst du auch nicht so dringend, aber ich hab mir jetzt mein Geld verdient! Okay! Ja! Dann macht das schon mit dem Tag gegen Süßler vorbei! Ist halt so! Und ja! Wir können uns jetzt da hinlegen! Haben wir nichts weiter zu tun! Nichts los hier in der Nacht! Keiner angreifen möchte! Wie man sonst das so kennt! Na und alles ruhig! Haben offenbar Eindruck gescheidet! Wir können da jetzt hier in unser Häuschen rein! Und uns mal hinlegen! Und mal richtig ausschlafen! Ah! Ah! Ich bin hier am Gähnen, weil ich da ja müde bin! Und ich auch ausschlafen möchte! Deswegen! Da wir sowieso jetzt die Zeit noch erreicht haben, wo ich aufhören wollte! Im Spiel! Deswegen sag ich auch sofort aufhören in der Stelle! Ich werde da also speichern! Und... Ja! Fünften Tag haben wir erreicht am Morgen! Beim nächsten Mal geht es entsprechend hier weiter! Ich hoffe ihr hattet Spaß daran! Denkt niemal an die Kommentare und an die Bewertungen! Und damit... Danke fürs Zusehen! Und bis... Zum nächsten Mal!